so ihr lumpis da draußen in diesem video wollte ich euch eine kleine änderung zu meinem upload plan vorstellen und auch warum ich die mache aber bevor ich das mache wollte ich einfach mal danke an euch sagen ich bin jetzt so ein jahr ungefähr bei youtube und habe jetzt so so ein bisschen über 200 abonnenten das finde ich schon echt richtig cool und deswegen wollte ich einfach mal danke sagen für die ganzen tipps konstruktiven kritiken ich will mich natürlich auch immer verbessern deswegen bin ich da immer sehr dankbar dafür und ich finde es auch super manche leute sind wirklich von anfang an dabei tun fast jedes video kommentieren das tut mich ungemein motivieren hier weiter zu machen und es macht mir immer noch wahnsinnig spaß ich möchte mich natürlich verbessern und deswegen möchte ich ein bisschen mehr mich um den schnitt kümmern was schon echt sehr zeitaufwendig ist und ich finde auch dass ich mich da schon ein bisschen verbessert habe vom anfang an ich lerne da immer noch dazu und ja jetzt einfach mal die upload änderungen also faktorio wird nur noch einmal die woche kommen und zwar immer dienstags crusader kings 2 wird dann mittwochs kommen und nicht zuletzt rimworld immer donnerstags das heißt nur noch jeweils ein video von jedem projekt pro woche donnerstags gibt es weiterhin den stream natürlich auf twitch die verlinkung seht ihr unten in der beschreibung und die videos vom stream die kommen meistens so sonntag oder montag das ganze könnt ihr natürlich auch auf meinem discord sehen den discord findet ihr unten auch in der beschreibung gut das soll es auch schon gewesen sein und ich würde mich freuen wenn ihr weiter dabei seid bleibt gesund in diesen zeiten und wir sehen uns macht's gut